Oh mein Gott, es ist schon morgens. Oh, ich bin so aufgeregt. Heute ist der Tag von meiner Fahrprüfung. Ich habe die letzten Wochen gebüffelt für meine theoretische Fahrprüfung. Habe sie bestanden. Und heute ist meine praktische Fahrprüfung. Und ah! Wollte mich zu meiner Fahrlehrerin kommen. Ist die schon da unten? Nein, sie ist doch nicht da. Sie wollte mich heute abholen. Oh, ich bin so aufgeregt. Warte, ist irgendjemand in meinem Haus. Ist das was? Fahrlehrerin? Nein. Ich habe so eine laute Stimme, oder was? Oh, warte, ich glaube, hier ist ein Einbrecher drin. Hallo? So, jetzt steigen sie mal ein hier. Sind sie meine Fahrle? Heute ist ihre Fahrprüfung. Wir haben nicht ewig Zeit. Yay, okay, okay, alles klar. So, rein da, sie fahren. Okay, dann bist du angestellt? Ich bin angestellt. Let's go. Du bist angestellt. Okay, dann fahre ich jetzt los. Also, dann fahren wir mal. Immer, wenn ich sage, links, dann links, links. Links? Ja. Okay. Okay, da runter. Alles klar. Perfekt. Oh ja, jetzt Auto wieder aufrichten. Das kann passieren. Auto wieder aufrichten? Ja, bitte. Okay, ich versuche es. Auto einfach umdrehen. Das soll einfach flippen. Das flippt nicht. Oh Mann, muss ich dir das alles zeigen, oder was? Hier. Hä? Wie funktioniert das? Wieso, das denn gemacht? Gar kein Problem. Okay, kein Problem. Ja, jetzt sitzt ich hinten. Dann fahren wir weiter. Wohin soll ich fahren? Ja. Ach so, wohin soll ich fahren? Ja. Okay, warte. Ja, bitte einmal zum Kino. Okay, hier ist eine rote Ampel, aber das stört mich nicht. Das ist kein Problem. Das Kino ist in der anderen Richtung. Hoppala. Weißt du was? Dann will ich jetzt zum Krankenhaus. Zum Krankenhaus? Ja, zum Krankenhaus. Kein Ding. Ich fahre kurz hier einmal eine kurze Wendung. Das ist in die falsche Richtung. Das Krankenhaus ist kein Problem. Dann eben zum Airport. Airport? Der ist direkt neben uns. Das ist der Swimmingpool. Nein! Warte, warte, der Airport ist hier links. Ja. Ja, der ist da. Okay, kein Problem. Sehr gut. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Dann machen wir jetzt die Flugzeugfliegprüfung. Dafür habe ich mich nicht angemeldet. Ich brauche nur einen normalen Führerschein. Ach so. Ja, na gut, dann fahren wir doch nochmal zurück. Bitte zur Schule. Nochmal zurück zur Schule? Ja. Oh, irgendwas juckt da in meinem Gesicht. Warte, ich muss mir kurz den Schnurrbart kratzen. Ah, okay. Ja, ist schon besser. Ähm, zur Schule. Oh, hoppala, hoppala, das ist ein anderes Auto. Ja, kein Problem. Das passiert manchmal. Ja, ja, das passiert mir hier und da mal. Aber ich glaube, allgemein bin ich ein guter Fahrer. Also, ich fährst du eigentlich ganz gut so weit. Doch, doch. Ähm, so, wo ist denn hier die Schule? Also, eigentlich stellst du dich wirklich furchtbar an. Aber das ist schon okay. Hier, guck mal, hier bin ich schon eingeschaut. Hier ist die Schule. Bitte einparken. Wir packen jetzt rückwärts einparken, habe ich gesagt. Rückwärts einparken. Rückwärts einparken. Eine Sekunde, dann werde ich auf der anderen Seite einparken. So. Oh, ja, das ist, äh, ja, von mir aus bestanden. Bestanden? Ja, bestanden. Ich habe meinen Führerschein. Ja, hier ist dein Führerschein. Nimm schon. Oh mein Gott, ich habe meinen Führerschein. Ich habe es geschafft. Ich habe so lange geübt dafür. Ich gehe jetzt zu Easy und hole sie ab und dann können wir ein Eisessen fahren. Ich muss mir nur irgendwo zu kurz zu Hause mein Auto abholen und dann... Dann kann ich selber fahren. Dann müssen wir uns nicht immer irgendwie in den Bus setzen. Mach dich schon mal bereit. Ich habe meinen Führerschein gekriegt. Wir können losfahren. Oh, damn. Was hast du denn hier für ein Haus? Hä? Easy. Jetzt muss ich die Tür offen. Äh, hallo? Schläfst du in deinem Teich, sag mal? Was ist denn hier? Ein Delfin! Was hast du denn hier für ein wirres Haus? Was ist denn mein Haus? Das ist ja... Das ist mein Greenhouse. Das ist mein Gewächshaus. Das ist mein Gewächshaus. Ich wohne in einem Gewächshaus. Hast du ein Problem damit? Nein, ich habe kein Problem damit. Ich will auch so ein Haus. Ich kann dir sogar meinen Safes... Komm mal bitte, ich zeig den Geheimgang. Okay. Äh, wo? Ja, durch die Wand. Hast du dich gesehen? Hier, durch die Wand. Äh, warte, warte. Hast du mich sehen? Ich sehe dich, ja. Komm rein hier. Oh mein Gott, was? Und jetzt gehst du hier durch. Hä? Ja. Und hier bist du bei meinem Safe. Aber weh, du klaust was. Ich klau nichts. Dann bann ich dich aus meinem Haus. Ist okay. Was denkst du? Wollen wir los mit dem Eis essen? Ja, ja, genau. Ich habe mein Auto vorne geparkt. Let's go. Ah, okay. Hier ist es ja. So. Ah. Oh, hoppala, hoppala, hoppala. Was ist das, wo du hinfährst? Ja, Entschuldigung. Oh, Ronja, ey. Du hast heute deinen Führerschein und hast den Erd und Fahr gebaut. Ja, ich fahre super. Meine Fahrle hat es auch gesagt. Okay. Schnellster Weg zum Eisladen. Ich werde ein paar Abkürzungen nehmen. Kein Problem. Okay. Ähm, okay, warte. Hier geht es nämlich einmal, wenn man kurz durch den Kühl fährt. Eiscreme. 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 Mist. Eiscreme? So, kein Problem. Ähm, da haben wir uns einmal hier raus manövriert und dann geht es hier nämlich. Ah, Ronja, du fährst wirklich klasse. Ich weiß. Es ist nur, es ist nicht so einfach für mich, weil viele Leute sich halt nicht an die Straßenverkehrsordnung halten, weißt du? Und die machen hier, was sie wollen, gell? Aber, also das ist dann halt für normale Fahrer wie mich ist es dann halt sehr schwierig. Normale Leute, die über den Kinderspielplatz fahren mit ihrem Auto. Ja, für eine Abkürzung. Die werden einfach nicht genug respektiert. Das ist ein wahrer Fakt. Diese ganzen Raudis sind mal auf der Straße. Guck mal, hier steht. Nicht durch die Puls fahren. Warnung, Gefahr. Da wissen die ja Bescheid schon mal, die Kinder. Warnung, Gefahr. In deinem Auto zu fahren ist tatsächlich. Es ist grün, Ronja, du darfst nicht fahren. Hä? Was? Ich darf ja selber hochfahren. Ah, habe ich mich vertan? Bist du Eiscreme laden? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah. Oh. Au. Au. Oh Gott, ja. Au. Au. Oh, wir wurden angefahren. Au. Au. Oh, was ist denn passiert hier? Autsch. Au, mein Fuß. Au, der tut weh. Hallo? Oh, da vorne ist eine Ärztin. Hallo? Hallo? Ah, da bist du. Sag mal, was ist dir jetzt eigentlich passiert? Hattest du irgendwie einen Unfall? Ich hatte einen Autounfall. Uns ist ein Auto direkt spontan entgegengekommen. Und was ist mit deinem Gesicht passiert? Das sieht übel aus. Hä? Au, au. Kannst du... Au, au. Können Sie bitte von meinem Arm runter... Danke. Verzeihung, aber das ist doch nicht Ihr Arm, oder? Bitte? Das sieht nicht aus wie ein Arm. Au. Die sind aber ganz schön entstellt. Hallo, Entschuldigung. Können Sie mal aufhören, mich zu treten? Ich glaube, das nicht mehr zu machen. Das nicht mehr zu... Oh, warte, ich hatte meine Freundin dabei. Wie geht's dir Eisc? Die müsste hier auch das Kacken ausgemacht worden sein. Oh, Moment, das war nur die Innenseite meines Visiers. Da war Staub drauf. Nein, du siehst super aus. Es ist alles gut mit dir. Oh, okay. Ah, vielleicht ein verstaubter Arm oder so. Verstaubt. Ja, äh, deine Freundin, äh, ja, der, ähm... Die geht's gut? Die hat ein bisschen mehr Probleme, aber da kann ich jetzt nichts zu sagen. Schau. Wie jetzt, wie jetzt? Hallo, hallo? Ist die noch hier? Muss die... Ist die zu Hause schon? Ja. Äh, ja, äh, nee, nee, mit ihr ist alles gut. Die hat sich nur den Kopf gestoßen. Okay, aber das ist nichts Schlimmes. Da passiert nichts. Ja, Junge, wie oft haben sie sich mal den Kopf gestoßen, Merm? Hier und da passiert's schon mal, ne? Okay. Ja, sehen Sie. Dann wurde es auch nicht passiert. Ist die schon zu Hause jetzt? Ja, die ist zu Hause. Jetzt geht doch nach. Okay, ja, ist okay. Ich denke ich. Ja, ciao. Ist okay. Easy? Hallo? Easy? Ist Easy nicht zu Hause? Hallo? Ist abgestoßen. Easy. Ich bin's. Easy. Was ist hier, Easy? Du bist Easy. Hä, mein Name ist Jeff. Wer bist du? Wie, dein Name ist Jeff? Jetzt hör auf, Quatsch zu machen. Ich hoffe, die hier zur Schule... Doch, du stand auf meiner Unterhose. Was? Ich bin aufgewacht und das stand auf meiner Unterhose. Jeff. Jeff. Ja, Hugo Jeff. Du denkst, du heißt Jeff. Jeff ist mein Nachname. Mein Vorname ist Hugo. Dein Vorname ist Hugo. Ja, Hugo Jeff. Aha. Und was willst du von mir? Ich will dich zur Schule bringen. Hä, ich bin deine beste Freundin? Ich wohne gegenüber. Du bist nicht auf der Schule? Ich bin doch schon 80. Du bist aber nicht 80. Was ist denn los mit dir? Hast du mal am Spielen geguckt? Das stand auf meinem Personal aufweist. Hugo Jeff. Ja, war 80. Ich denke nicht. Jetzt komm, mach die Tür auf easy. Ist nicht mehr lustig. Wir müssen zur Schule. Was ist denn mit dir? Nein. Das ist... Okay, warte. Weißt du, wer ich bin? Nein, ich weiß nicht. Du hast dich ja noch nicht mal vorgestellt. Wer bist du? Was machst du in meinem Haus? Ich bin Ronja, deine beste Freundin. Ich wohne gegenüber. Ich gehe mit dir zur Schule. Ich habe mich da drin ja gehört. Ey, ohne Witz. Geh doch bitte raus wieder. Komm jetzt steig ein. Du fahrst zur Schule. Du hast gesagt, du bist meine Freundin, aber ich kenne dich nicht. Ich habe dich noch nie gesehen. Komm jetzt mit. Nein. Hugo Jeff geht nicht zur Schule. Okay. Okay. Hugo Jeff geht nicht zur Schule. Ähm, okay. Erinnerst du dich daran, dass... Oh, wobei. Kann ich Auto fahren? Äh, oh. Nein, nein, nein. Da kommen Erinnerungen hoch. Oh, ah. Erinnerungsfetzen. Oh. Warte. Hast du eine gesehen? Oh nein. Ah. Da ist irgendwas. Okay. Okay, mach dir keine Sorgen. Ich gehe zum Arzt und ich finde raus, was du hast. Okay? Bleib einfach zu Hause und alles wird gut. Alles klar? Ah, ja, ja. Okay, dann fahre ich mal schnell zum Arzt. Oh nein. Warte. Aber was ist, wenn sie sich jetzt nie wieder daran erinnert, wer ich bin oder wer sie? Wenn sie jetzt für immer denkt, sie ist Hugo Jeff, das kann doch auch nicht sein. Hallo? Ist jemand da? Hallo? Hallo? Irgendjemand? Oh, da ist jemand. Da ist jetzt was los. Ähm. Ah, Ernstin. Ähm. Hä? Okay. Ich bin gerade unterwegs zum OP. Äh, zum X-Ray. Äh, okay. Verstehe. Äh. Äh. Kurz mal X-Ray, genau. X-Ray. Aha. Ja. Okay. Alles klar. Dann fahre ich mal wieder weiter hier. Okay. Ähm. Können Sie mir das mal bitte aufmachen? Äh. Ja, klar. Ja. Dankeschön. Alles klar. Äh. Ciao. Okay. Ähm. Ich habe eine Frage. Hallo. Hä? Was ist denn? Können Sie mir helfen? Okay. Meine Freundin war gestern hier im Krankenhaus. Äh. Also meine Freundin und ich beide. Ich habe einen Autounfall gebaut. Ähm. Und sie hat sich wohl den Kopf angeschlagen. Und jetzt erinnert sie sich an gar nichts mehr. Sie denkt, sie heißt Hugo Jeff, ist 80 Jahre alt. Weiß nicht, wer ich bin, obwohl ich ihre beste Freundin bin. Wir zusammen zur Schule gehen. Sie sagt, sie geht nicht zur Schule. Sie muss nicht zur Schule. Ähm. Äh. Ich weiß nicht, wer das ich gegenüber wohne. Äh. Ganz ruhig. Äh. Wer ist ihre beste Freundin? Easy. Oh. Der Fall. Oh ja. Da haben wir nochmal einen Hirnscan gemacht. Das ist wohl eine Amnesie. Eine Amnesie? Ja. Okay. Und was kann ich dagegen machen? Hat sie eine Lieblingssüßigkeit? Irgendwas, was sie gerne isst? Eine Lieblingssüßigkeit? Weiß nicht. Pizza? Oder Käse? Okay. Ja. Käse ist gut. Käse ist gut. Käse. Das sollte sie mal probieren. Käse sollte sie probieren. Und dann erinnert sie sich, wie das wer sie ist. Das simuliert das Erinnerungsvermögen. Ja. Okay. Und sie muss dran riechen. Sie muss dran riechen? Ganz fest dran riechen. Dann wird's was. Okay. Alles Gute. Äh. Ist hier irgendwo ein Supermarkt? Gibt's hier irgendwo Käse? Hallo? Ich suche Käse. Irgendjemand. Es gibt wahrscheinlich keinen Käse. Okay. Ich komme mal hier. Warte. Wo sind sie hin? Hier. Hier. Ich sitze noch im Auto. Hallo? Ah ja. Hier vorne. Äh. Mir ist noch eine andere Idee gekommen. Versuchen sie's mal, indem sie was schweres gegen den Kopf hauen. Das könnte funktionieren. Was? In manchen Fällen hat's schon geklappt. Aber das klingt... Okay. Ich muss wieder ein OP. Okay. Alles klar. Viel Spaß. Oh Gott. Ein Fahrrad. Okay. Ich meine, es macht irgendwo Sinn, wenn sie sich den Kopf gestoßen hat. Dass sie sich, wenn sie sich dann nochmal halt einen Knall gegen den Kopf einfängt, dass sie sich dann wieder erinnert. Aber ich hoffe, vielleicht reicht's mit dem Käse. Okay. Moment. Hier ist der Supermarkt. Hier kann ich mal rein. Äh. Käse. 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 Hier sind Chips. Nah genug dran. Schokolade. Schokolade mag sie. Ähm. Pizza nehme ich auch mal mit. Sicher ist sicher. Ähm. Und hier gibt's nirgendwo Käse. Okay. Das ist ein Sandwich. Da ist Käse drauf. Gut genug für mich. Auf Pizza ist auch Käse. Vielleicht erinnert sie sich dann, wenn sie an den Sachen riecht oder sie isst oder so. Aber meinte sie ärzt. Ja. Okay. Äh. Dann. Ab nach Hause. Easy? Hallo? Hä? Easy? Oh, äh. Ja. Hugo und Jeff. Rinnia, oder? Oder wie hieß du? Ronja. Nah dran. Ach, genau. Okay. Sonja. Ich hab dir was mitgebracht. Willst du reinkommen? Ja, ich will reinkommen. Okay, bitte komm rein, Sonja. Okay. Ähm. Hier. Das ist Schokolade. Das isst du gern. Ähm. Schokolade esse ich gerne. Ja. Hier. Probier mal. Riech mal dran. Die Ärztin meinte, du sollst an Sachen riechen. Äh. Das riecht aber irgendwie nach altem Stinkefuß. Äh. Bist du die wieder hart? Äh. Okay. Dann probierst du hiermit mal. Ähm. Du. Das ist zwar. Okay, pass auf. Du isst sehr gerne Käse. Okay? Äh. Und da ist Käse drauf. Da ist doch Fleisch drauf. Ich kann mich erinnern, dass ich kein Fleisch mag. Das sind Tomaten. Ach, das sind Tomaten? Ja, das ist Margarita-Pizza. Tomaten und Käse. Okay, mit Tomaten, ich glaube, das mag ich auch nicht so gerne. Tomaten magst du auch nicht. Okay, ähm. Hier ist ein Sandwich. Versuch dir mal die Käsescheibe davon runterzunehmen, okay? Und. Und ist nur die. Ich hab wirklich keine Erinnerung. Nein, nein, nein. Riech mal dran. Da ist nichts zu machen, Sonja. Wie, da ist. Ronja. Da ist nichts zu machen. Ronja, Rinja, Sonja. Was soll ich denn sagen? Äh, okay, okay. Warte, dann setz dich kurz hin. Setz dich kurz hin, lehn dich zurück und mach die Augen zu, okay? Okay. Okay, ich find keine harten Gegenstände hier. Äh, dann komm mal mit. Äh, wohin denn? Darf ich die Augen wieder aufmachen? Du darfst die Augen wieder aufmachen. Ja, ja, ja. Komm mit. Oh, da wär ich beinahe gegen die Wand gelaufen. Oh, mach dir keine Sorgen. Oh, gegen die Wand gelaufen? Oh, das ist vielleicht alternativ eine Möglichkeit. Okay, setz dich rein. Äh, okay. In dein Auto? In dein Auto. In deinem Auto? Ich hab schon lange einen Führerschein. Ja, ja. Okay, alles klar. Okay, pass auf. Ich hab jetzt kein, ich hab keine harten Gegenstände, deswegen muss ich jetzt einen Unfall bauen. Das ist der einzige Weg, wie du deine Erinnerung wiederkriegst. Okay. Äh, da, 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 da. Ist hier irgendwo. Und? Ah, nee, warte, das war nicht mit genug Schwung. Das war nicht mit genug Schwung. Äh, kein Problem, wir sind klar auf dem richtigen Weg. Ähm, wir fahren hier nur zum Arzt. Ach, wunderbar. Weil der hat gesagt, dass du auf jeden Fall, oh. Palla. Ähm, dass wir auf jeden Fall nochmal vorbeikommen sollen mit dir. Äh, deswegen. Also nicht wundern, was wir hier machen. Jetzt mit dem Kreis, den wir gedreht haben. Das hatte einen Grund. Ah, okay. Okay, und? Nein. Warum fährst du gegen eine Wand? Äh. Ich hab nicht genug Schwung. Äh. Nicht genug Schwung? Was hast du denn da vor? Äh, was? Hä? Was hast du da vor? Soll ich dir mal zeigen, wie das funktioniert? Oh, ja, ja. Setz mal rein. So, einmal einsteigen. Los, rein da, ins Auto. Ich bin ja dabei. Du bist viel zu schnell. Ah. Oh. Oh mein Gott. Ah. Easy? Hä? Warte, erinnerst du dich? Was? Ronja? Oh mein Gott. Oh. Dann hatte die Ärzte doch recht. Oh nein. Oh, da fällt es mir wieder ein. Warte, ist alles okay? Äh, es ist mir wieder eingefallen. Erinnerst du, warte. Du erinnerst dich, wer du bist. Wie heißt du? Ich heiße Easy. Wie alt bist du? Ich, ich bin sieben. Okay, gehst du in die Schule? Ja, ja, ich gehe in die Grundschule. Oh mein Gott. In die zweite Klasse. Warte. Warte, irgendwas stimmt da nicht. Ja. Aber nah genug dran. Ich kann mich genau erinnern. Ich bin Baby, Easy. Was? Nein. Yeah. Nein. Let's go in die Schule. Oh Gott, es ist noch schlimmer geworden. Okay, das war es dann mit dieser Feier. Brockhaven. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann abonniert den Kanal. Dann verpasst ihr nämlich keine neuen Videos mehr. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Musik. 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 Bis zum nächsten Mal.